Hey Leute, eure Jansel hier. Heute spielen wir YouTuber werden auf Roblox. Leute, lasst auf jeden Fall schon mal ein Like da und nicht vergessen, wir wollen auf diesem Kanal die 100.000 erreichen. Also lasst alle noch mal ein kostenloses Abo da. So Leute, wir steigen jetzt ein und das ist unser Leben ab heute. Wir werden YouTuber. Guckt mal, unser Bett ist hier. Damit wir Energie tanken, müssen wir jetzt mal kurz schlafen. Seht ihr, wie unsere Energie da unten voller wird. Leute, man braucht immer volle Energie, damit man sehr motiviert ist, Videos zu drehen. So, wir haben gut geschlafen, 100%. Jetzt brauchen wir auch ein bisschen Spaß. Dann spielen wir mal hier ein bisschen am Gameautomaten. Leute, seht ihr, von 74% steigen wir gerade auf 100%. Das ist richtig gut. Und ich zeige euch mal da oben, wir haben schon 780 Follower. 452 Dollar. Okay, und jetzt müssen wir auch noch essen. Essen. Let's go. Wir nehmen uns diesmal eine Milch, weil eine Milch können wir uns leisten. Das geht, das passt rein. So, wir haben noch mehr Hunger, sehe ich gerade. Dann kaufen wir uns auch noch Käse. Wir brauchen 100%, Leute. Wenn wir Geld haben, dann brauchen wir auch Essen. Und abholen wir uns auch noch. 90%, das sieht doch richtig gut aus. So, jetzt drehen wir unser erstes Video, würde ich sagen. Und rein da. Okay. The Murderer. 2. Spielen. Und let's go. 9 übrig, 8 übrig. Leute, wir müssen alles antippen. So, super Performance. Und gleich, fantastisch war das. Jetzt cutten wir unser Video. Okay. Leute, wir brauchen den perfekten Schnipp. Oh, 93% ist gut, Leute. Wir brauchen noch 100% ungefähr. Okay, 88% war gut. Und 89%. Egal, Leute. Habt ihr alles im grünen Bereich. Okay, Video hochladen und veröffentlichen. So, unser Video lädt gerade hoch, wie ihr sehen könnt. Und gleich werden auch unsere Follower steigen. Oh mein Gott. Okay, weiter. Jetzt verlasse deine Wohnung. Okay, ich verlasse. Aber schaut mal erst mal, was bei 100% passiert. Und, wow, wir haben von einem Video 400, 500, 600, 700. Oha, wieso stoppt das nicht? 800 Follower gemacht. 700 Euro und 3 Diamanten. Leute, das ist richtig krass. Oh mein Gott. Okay, jetzt müssen wir die Wohnung verlassen. Woran müssen wir denn? Okay, weiter geht's. Wo müssen wir jetzt hin? Guck mal, wir können uns eine Schätztour abholen. Oh mein Gott. Oh Gott, ich hoffe, irgend so ein krasses Gangsetup ist da drin. Okay, was können wir machen? Können wir das holen? Okay, öffnen. Was passiert jetzt? Eine Jukebox. Wow, Leute, die war selten. Leute, das ist irgendwie wie im echten Leben. Man muss immer richtig motiviert sein. Man muss viel essen, glücklich sein, um gute Videos zu drehen, um sie da zu posten. Oh mein Gott. Und, okay, was bekommen wir jetzt hier auch noch? Guck mal, wir haben doch jetzt 900 Euro. Vielleicht können wir uns einen besseren Mikrofon kaufen. Leute, schauen wir mal, was es noch für Gaming-Setups so gibt. Also, es gibt richtig krasse Mikrofone, Leute. Die kosten so teuer, die können wir uns noch gar nicht leisten. Oh mein Gott, guckt euch mal das an. Oh mein Gott, so viel Geld hat man doch gar nicht. Leute, der muss ja Milliarden-Follower haben, um so krasse Gaming-Setups zu haben. Oh mein Gott, Leute, ist das super teuer. Ich glaube, ich weiß, was wir erstmal machen müssen. Wir müssen einfach normal weiterarbeiten, Leute. Wir haben ja nicht mal Geld, um etwas zu kaufen. Das kann doch nicht sein. Hier, 750 Euro. Einen Monitor haben wir uns jetzt gekauft. Okay, was kann man noch holen? Für 250 Euro können wir jetzt noch irgendwas holen. Wir schauen mal, was ist das hier? Oh, das sieht gut aus, aber zu teuer, Leute. Oh no, das können wir uns nicht leisten. Und was ist da hinten noch? Tastatur. Bitte eine günstige. Nein, 750. Okay, Leute, wir gehen jetzt weiter Videos drehen. Damit wir erstmal Geld verdienen und damit wir besseren Gaming-Setup kaufen können. So, jetzt ab in unsere Wohnung. Rein mit uns. Ah, wir können uns noch keine Wohnung kaufen, weil wir noch kein Geld haben. Oh mein Gott, schnell verlassen, Leute. Ich dachte, hier ist unsere Wohnung. Wohnungen heißt, dass wir uns neue Wohnungen kaufen können. Nein, wir haben ja nicht mehr Geld für Gaming-Setup. Erstmal arbeiten, Leute. Let's go. Okay, was brauchen wir hier? Gar nichts. Wir müssen jetzt einfach nur ein Video drehen. Weiter geht's. Und weiter geht's. Okay. Jetzt nehmen wir nochmal ein paar Videos auf, Leute. Unsere Follower, unser Geld muss auf jeden Fall steigen, bevor wir hier viele andere Sachen erledigen. Okay, und jetzt bitte. Diesmal 100. Jetzt. Nein, 95. Bitte der perfekte Schnitt. Und nein, Leute, das war so knapp. Oh nein. Ich glaube, bei den perfekten Schnittlarm bekommt man richtig viel Geld, Leute. So, noch ein Video lädt hoch. Was können wir noch gucken? Im Shop? Wow, Leute. Hier kommt sich einfach doppeltes Geld verdoppelt. Doppelte Abonnenten, VIP. Kommentiert mal. Sollen wir so etwas machen? Dann machen wir das beim nächsten Mal. Ihr müsst aber kommentieren, Leute. Oha. 100k Playbutton bekommt man. Eine Million Playbutton. Wir im echten Leben. 10 Millionen. 100 Millionen. 500. Eine Milliarde. 5 Milliarden. Leute, was ist das denn für Awards? Gibt es sowas denn im echten Leben? Oh mein Gott. Und wenn ihr wollt, dass wir im echten Leben die 100k Playbutton auch bekommen, dann lasst jetzt alle ein Abo da im echten Leben, Leute. Abo ist kostenlos. Let's go. So, was können wir jetzt noch bauen? Kühlschränke haben wir. Tische vielleicht. Ich will mir jetzt für 100 Euro so einen Tisch. Den packe ich mir hier in die Ecke. Wow, das ist so cool. Vielleicht noch ein Regal. Guck mal, für 200 Euro haben wir jetzt noch so ein Regal. Da kommt hier in die Ecke, würde ich sagen. Okay, dann kommt der hier hin. Spaß. Was kann man sich denn im Spaß holen? So eine Maschine. Leute, die haben wir doch schon. Warte mal. Was gibt es denn noch für Möbel? Kühlschränke. Wow, der sieht doch mal richtig gut aus. Wir erneuern jetzt unser Kühlschrank, würde ich sagen. So, packen wir den genau daneben. Ja, passt rein. Was gibt es hier noch? So far. Können wir uns eigentlich auch holen, Leute. Unser Geld reicht momentan noch. Wir nehmen uns jetzt mal den für 50 Euro. Wisst ihr? Nicht so viel Geld ausgeben. Oh, den habe ich nicht gedreht. Oh, den muss ich auf jeden Fall drehen. So, so sieht der doch gut aus. Okay, dann haben wir erst mal genug gekauft. Passt noch Dekoration. Eine Blume. Und die kommt auch hier daneben. Leute, unser Gaming-Zimmer sieht doch jetzt richtig cool aus. Ich glaube, wir haben auch schon wieder Hunger. Für 250 Euro Salat. Jetzt haben wir 100%. Wir brauchen noch ein bisschen Energie. Wir gehen mal kurz schlafen. So. Gleich drehen wir richtig viele Videos, Leute. Wir müssen unsere 10.000 heute noch schaffen, Leute. Okay, ab Videos drehen. Und wieder Murder Mystery. Was passiert, wenn wir die Livestream machen? Geht das? Aha, guck mal, wie viele Leute live sind. Wow, das ist so cool. Wir müssen nicht schreiben mit uns. Oh mein Gott. Leute, machen wir das gut? Ich glaube, wir machen das gut, oder? Aber wieso bekommen wir 0 Euro vom Livestream? Free Money die ganze Zeit. Aber Leute, wir machen das gut, glaube ich. Guck mal. Das geht ja alles nach links, dass wir happy sind. So. Einen Kommentar habe ich gemacht. Und das war richtig schlecht. Aber wieso? Was hätte ich denn sonst machen sollen? Leute, was hätte ich denn sonst machen sollen? Okay, weiter geht's. Wir haben schon 200 Zuschauer. Okay, jetzt gleich müssen wir wahrscheinlich noch mal ein Kommentar aussetzen. Troll Viewers? Nein. Irgendein Kommentar. Oh, zum Glück, Leute, das haben wir alle geliebt. Weiter geht's. Ich glaube, das war irgendwie diesmal gut. Aber ich sehe, die ganze Zeit 0 Dollar wird uns zugeschickt. 0? Leute, ist das richtig? Verstehe ich nicht. Wir werden jetzt gleich am Ende des Livestreams sehen, ob sie uns was gebracht hat. Let's go. Funny Comment. Oh, nein. Wie so haben sie es disliked. Wir werden mal jetzt unser Livestream. Was? Wir haben noch 1 Dollar bekommen vom Livestream. Wieso? Wir waren doch richtig gut. Leute, wisst ihr was? Wir sollten einfach beim Videodreh bleiben. Oh, mein Gott. Guck mal, was einer gesagt hat. Kannst du mehr hochladen. Ja, Leute, das machen wir jetzt. Einer war jetzt so schlecht. Der andere auch so schlecht. Was? War mir wirklich so schlecht, Leute? Das kann doch nicht wahr sein. Oh, mein Gott. Dann bleiben wir doch lieber beim Videodreh. Okay. So, wir drehen jetzt noch ein Video, damit wir gut bei der Community ankommen. Let's go. Das war wunderbar. Seht ihr, Leute? Das ist unsere Stärke-Videos drehen. Vielleicht sollten wir doch auch permanent Livestream. Oh, nein. Der Videoschnitt war nicht so gut. Jetzt aber. Und noch der letzte Schnitt. Nein. Egal. Egal, Leute. Video veröffentlichen. Jetzt schauen wir mal, wie viele Abonnenten wir nach diesem Video bekommen. Kommt mal, unser Essen. Müsst ihr essen? Oh, mein Gott. Käse essen. Leute, kommentiert mal. Was soll euer Lieblingsessen? Ich liebe Käse. So, wir schlafen dann mal kurz. Und wie viele Abonnenten haben wir bekommen? 600 Abonnenten. Leute, das war richtig gut. Oh, mein Gott. Dann wird es gleich wieder noch ein Video. Lol, sagt einer. Du bist mein Lieblings-Youtuber, sagt einer. I love your videos, sagt einer. Wow, wie cool. Oh, mein Gott. Leute, danke für die netten Kommentare. Ihr seid so krass. So, noch ein Video drehen wir. Damit wir schauen, ob ihr jetzt zu 10.000 Follower kommt. Leute, das macht so Spaß. Ihr müsst das auf jeden Fall auch mal spielen. So, jetzt brauchen wir den perfekten Schnitt. 99 war das Beste, was wir bis jetzt geschnitten haben. 95 auch. Oh, mein Gott. 79 auch. Oh, fast. Nicht ganz, aber war fast. So, jetzt schauen wir, was passiert. Oh, sind wir müde? Oh, nein. Wir brauchen Spaß. Leute, wie seht ihr das? Unser Spaßfaktor hat 20% gewesen. Oh, mein Gott, Leute. Das war gerade richtig übel. Wir brauchen auf jeden Fall Spaß, um hier gute Videos zu drehen. Oh, nein. Los, los. Oh, sie tanken gerade Spaß. Zum Glück, Leute. Und ein Flabonnenten diesmal. Oh, wir hatten ein richtig guter Spaß. Also haben wir 800 Abonnenten dazu bekommen. Und Leute, ich würde sagen, wir beenden das Ganze jetzt mit 4.500 Abonnenten. Und wenn ihr noch ein paar sehen wollt, dann liked alle dieses Video. Dann weiß ich, dass ihr noch ein paar sehen wollt. Dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.